Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play. Das Spiel I am Setsna. Beim letzten Mal haben wir unsere Schatzsuche beendet. Fürs erste zumindest. Ich dachte mir machen wir uns mal eine kleine Pause und gehen hier hin. Eine Insel mit so einem Ding hier. Einen namenlosen Dorf. Was so ziemlich aussieht wie das andere Dorflein. Zumindest von der Karte her. Aber egal. Was ist ein Problem Junge? Äh nein Sir. Nein. Hilfe. Okay. Dann halt ein andermal. Ja äh wie ihr sehen könnt ich bin dabei hier diese ganzen netten Tierchen immer wieder zu erlegen. Die Problematik bei dem ganzen ist da springt nicht so viel Geld raus wie ich es gerne hätte. Aber das muss ich nicht so schnell weil ich nach vier Runden halt immer wieder abbrechen muss. Damit ich die Sachen verkaufen kann weil sonst erledige ich die zwar immer noch für Erfahrungspunkte. Ja aber ansonsten ziemlich umsonst. Das ist immer ein bisschen ärgerlich. Aber ja ich dachte wir machen mal so eine kleine Spritztour um die Welt sozusagen. Von daher. Dachte ich mir gucken wir uns mal hier was Neues an. Und unter anderem eben gibt es dieses Dorf hier. So aber ja wie gesagt ähm Äh danke sehr. Was ich halt mache ist mir immer Kristall kaufen. Und das in Waffen investieren. Nidre zum Beispiel Hat wie man sehen kann Nicht mehr das Yucan Sword oder das Guardian Sword. Er hat jetzt das Vatility Blade. Und das habe ich mit Kristall so weit aufgestuft wie ich kann. Da sieht man allerdings auch ich könnte es mit Orichalkum verstärken. Aber das mache ich später mal. Ähm Bei ihr habe ich Die Zeitkrone erstmal gestärkt. Ich werde aber auch noch Amadeus stärken. Weil Amadeus halt schön mit MP um sich wirft. Allerdings wird die Beziehungsweise die magische Kraft wird aber auch nicht stärker. Also da ist es schon wieder fast nutzlos. Ah Ich bin mir halt noch nicht sicher. Okay. Meine Gute. Die Leute hier sind merkwürdig. Merkwürdig. Ich meine die Musik ist auch sehr merkwürdig. Das kommt auch nochmal dazu. Okay. Ansonsten äh Schön hier. Sehr sehr schön hier. Oder so ähnlich. Eigentlich nicht. Eigentlich eine sehr äh Trostlose Gegend im Bissarweise. Naja. Ähm Ich habe auch mir tatsächlich Das kann ich auch nochmal dazu erwähnen. Eine Ähm Eine Karte mal einmal rausgesucht gehabt. Weil mal ganz ehrlich Das ist so nervig Wenn man hier durch die Gegend fliegt Und nicht weiß wo man ist. In gewisser Weise. Ich meine Im großen Ganzen vielleicht auch gar nicht so schlimm. Aber Ich dachte mir Hol ich mir halt mal eine Karte dazu. Interessant zu wissen ist halt Es gibt einen großen Hauptkontinent. Das ist der auf dem wir die ganze Zeit rumlaufen. Und dann gibt es halt immer wieder so kleine Orte wie das hier. Kleine Inseln Auf denen man landen kann Sich nochmal umlaufen kann. Das sind glaube ich die Die in der Schneekronik als Äh Remote Islands Benannt werden. Wo es auch einfach nur 10 Sachen zum Einsammeln gibt. Und dann hat man das. Also diese einsamen Inseln Sind das Was man halt wirklich bezeichnen würde als Die Kleinen Süßen Äußeren Punkte. Eigentlich könnte ich auch hier rein. Aber wir gehen mal in die Hütte mit rein. Warum auch nicht. Ja Viel los hier. Nicht. Schockierend aber wahr. Ähm Für diejenigen die sich fragen Ob das klappt mit dem Leveln Ja Blowbeat funktioniert mittlerweile ganz gut. Mit den leicht verstärkten Waffen Sterben sie teilweise sogar schon im ersten Anlauf. Aber eben immer nur teilweise. Manchmal muss dann auch noch Äh Setsna wirklich dazu beitragen Mit Miner Und manchmal reicht selbst das nicht. Dann ist da noch ein Kämpchen danach so gesehen. Aber im großen ganzen funktioniert es. Und das ist gut so. Im großen ganzen. Ja ich bin faul. Aber sagen wir mal ehrlich Wenn man ein Luftschiff hat dann Sobald man ein Luftschiff hat Ist es immer wirklich dieses Komm ich flieg mal lieber. Komm ich flieg mal lieber. Wie soll ein Sumpf sein? Sumpf in einem Schneegebiet? Ah Alles wegen so einem Juwel Das tut mir jetzt leid Nur dass ich nichts dagegen machen kann Ist halt doof Ne Aber ich darf nichts dagegen machen Also was soll ich tun Von daher Naja Tut mir sorry So von hier können wir Wieder zu Ich hoffe ich fall jetzt nicht zu weit Ne das ist richtig Hier haben wir Den Anfangswald Und ich denke mal Ich probiere hier mal Durchzulaufen Weil am Ende von Dem ersten Dungeon Gibt es tatsächlich Nochmal eine Belohnung Für uns Ja am Ende des Tutorial Dungeons Wartet eine Belohnung Auf uns Ist natürlich auch so eine Sache Wo man sich denkt Äh Okay Ist aber tatsächlich so Ich weiß nicht Wie man auch mal wieder Darauf kommen soll Aber Ist okay Na genau Wir haben hier nämlich Dieses Große King Pengi Ding Mit kleinen Pengis Und Von denen gibt es nicht nur einen Den gibt es hier tatsächlich Dreimal oder so ähnlich Aber ich denke Mit den ganzen Techniken Die wir jetzt drauf haben Und Stopp und so Sollte der nicht allzu schwierig sein Von daher Wir müssen uns ein bisschen verprügeln Hier und da einfach nochmal Den Blowbeat einsetzen Um sicher zu gehen Was er wohl kann Was wir hier nie sehen werden Ist die kleinen Pengis Fressen Und damit seine Stärke zu erhöhen Aber das ist etwas Was ich jetzt einfach mal Nicht zulassen werde Damit hat sich der Kampf Eigentlich schon erledigt Ihr seht ja Äh Pengi halt Wenn das mal nulle fight Ja dann nulle fight das halt Aber so lange er keine Technik Einsetzen kann Naja Was soll er dann machen Light Kill Momentum Kill Debuff Kill Tada Naja Und die gibt es halt jetzt Dreimal in diesem Dungeon Plus Es gibt hier nochmal ein Paar neue Leuchtpunkte Und ja Da seht ihr das was ich meine Es gibt sie halt dreimal Oh cool Ich hab ihn von hinten erwischt Eigentlich müsste er Überrascht sein Aber da es als Bosskampf gilt Wäre das vielleicht noch zu viel Wenn da so einer wie ich Einfach um die Ecke kommt Und zack Immer eins mal in den Kopf zieht Oder so ähnlich Na ja Meine beiden Jungs hier Die dürfen sich immer aufladen Damit wir hier bloß So ein bisschen mehr Schaden machen können Dasselbe Geld für Setsna Und dann passt das eigentlich Keine allzu wilden Kämpfe Aber immer Und zur Not Heile ich halt hinterher mit Das macht nicht so viel Schaden Wie ich irgendwie erwarten würde Das ist sehr witzig Ich weiß nicht was das gerade war Aber passt schon Aber ja Ich wünschte mir Radiance würde mehr Schaden machen Tut's aber nicht Ich meine das ist jetzt eigentlich Völliger Schwachsinn Aber man kann's dann Oh Vielleicht auch nicht Aber ja wie gesagt Kampf im Prinzip auch wieder vorbei Find's halt ganz interessant Dass es sowas gibt Aber ja Muss ich euch sagen So ist das halt Drei Bosse auf dem Weg Zu neuen Items Sozusagen Die kriegen einmal das Wunderbar Dann müsste ja irgendwo hier Der letzte sein Mit so vielen Pengis So viele Pengis Und ja man merkt Und ja man merkt mal wieder Das ist ja Das hab ich ja schon mal angesprochen Es ist unglaublich Wie stark Blowbeat ist Einfach Dass die Technik halt jetzt Immer noch So sinnvoll Einzusetzen Ist in gewisser Weise Sehr erschreckend Moment Achso Ich kann mir ein Element aussuchen Okay Zuhauen kann Guck mal Nice Hätte ich mal beim ersten Mal drauf achten sollen Hab ich aber nicht Schöne Sache Das heißt eigentlich kann ich so machen Kann Light machen Jetzt hat er weniger Resistence dafür Also noch weniger oder so Schöne Sache Man kann auch sagen gefällt mir Kann es auch natürlich sein lassen Okay Damit dürfte ich aber jetzt am Ende sein Gut ich kann einmal im Zelt schlafen Das erholt nochmal alles ganz gut Und dann Sollten wir da sein Ja Supreme Prayer Boost XP Earned Ich weiß nicht ob es reicht Wenn das Ich zum Beispiel ihr gebe In der Theorie sollen es wohl 4% mehr Erfahrungspunkte sein Und Naja Das ist halt theoretisch nicht viel Weil 5000 Erfahrungspunkte Die ich von den Einen Viechern da kriege Kriege ich also nochmal 200 zusätzlich Aber Bin ich halt immerhin schon bei 5200 Erfahrungspunkte Ja Ich meine Ist halt auch ganz nett Von daher Ich finde das schon ganz gut So Dann Möchte ich noch nach Nordwesten Ziehen Glaube ich Ja Die Insel haben wir Die Insel haben wir Obwohl ich muss noch nach Turbulus gehen Äh So viele Inselchen Das müsste glaube ich Turbulus sein Ja Da ist das Leuchten Um halt auch das Theoretisch irgendwann mal Fertig zu haben Vielleicht Die ganzen Leuchtepunkten hier Sunny Bell Pepper Sunny Bell Pepper Außerdem Hier hätten wir wieder Eins dieser Schneefelder Aber ich glaube Da ist jetzt nichts Großartig für uns drin Da ist aber noch Ein Leuchtepunkt Mit mehr Sunny Bell Pepper Da müsste irgendwo hier oben Noch eine Insel sein Ja Das ist auch ein Leuchtepunkt Das plus so eine Hütte im Wald Klein und süß Ich bin mir nicht sicher Ob das eine Anspielung Auf entweder den Weihnachtsmann Oder Ja Geppetto eigentlich nicht In einer Schneelandschaft Wäre ein bisschen merkwürdig Wenn Geppetto darstellen soll So Eine Snowgrave Wie viel fehlt mir denn Jetzt eigentlich hier noch Drei Hm Ich bin mir nicht sicher Ob die hier auch wieder So richtig per Zufall rumliegen Wenn ja Dann kannst du mich daran liegen Dass mir irgendwelche fehlen Irgendwann Naja Wo wir jetzt noch hin wollen Ist relativ simple Das müssen wir finden Soll ich wieder durch die Gegend Hier Ja alles ist gut Hier hin Mordholm Island Sehe ich hier irgendwo einen Leuchtepunkt Ich sehe keinen Leuchtepunkt Ja Ich bin mir ziemlich sicher Dass das alles wieder per Zufall Was halt nervig ist Wenn man bedenkt Dass ich auch noch die Rezepte suchen will Ne Ähm Okay Und sowas gibt's dann halt auch Da fuck Oh das ist so ein Entwicklerraum Guck an Nice Ja Ja das ist so eine Sache Die kann man machen Wenn man möchte Die Monster verstärken Um Wie er es nennt Die extra Kills zu machen Aber Es ist interessant Diese Monster als Bitfiguren Zu sehen Tatsächlich Ein Schrimm Charakter Hätte ich gerne gehabt Ein Schrimm Charakter Wäre bestimmt witzig gewesen Geht zu ne Dame Oh ja Die Schneesachen Hab ich Sehr genossen Ganz Also Die Schneedinger Hier Ich fand das wirklich Oder Ich rede so als wäre das vorbei Aber Schnee War echt schön Ach so ein Riesenbär Das finde ich Das ist so schön Anzusehen Aha Ja Das kann ich verstehen Ich kann verstehen Dass der Macher der Musik Sich echt traurig gefühlt hat Die Musik ist Zum einen Ist sie halt wirklich Wirklich schön anzuhören Zum anderen Aber wirklich traurig Was Yay Ich bin auch ein Entwickler Wuhu Laut dem Kind Das ist so 20 Kilo abnehmen Ja Sollte ich vielleicht auch mal machen Vielleicht nicht jetzt Das ist so Also das hier ist so etwas Was ich in Wow In neueren Spielen Irgendwie vermisse Nein Nein Es ist vielleicht nicht perfekt Aber es ist echt Thanks for playing Aber es ist ein richtig schönes RPG Kurz Knackig Macht Laune Das ist kein Bug Tropical Island Edition Da ist der Schrimp Mit einem Schrimp Warum kann ich keinen Schrimp haben Ich will einen Schrimp haben Ähm Pengi würde ich auch gerne streicheln Irgendwie Echt schön Awww Dank Glückwunsch Kurino Glückwunsch Für dich Und deine Tochter Und Frau Ich meine das macht mich fast schon traurig Das ist einfach Ja Gerne doch Thank you Very much Wir halten hier das Momentum Äh Ein Lichtschwert Ohne magische Energie Oder beziehungsweise In einer Welt ohne magische Energie Zum einen erhöhte Drops Zum anderen Sind die Werte gut Das ist die eine Waffe Auf die ich jetzt gewartet habe Wenn es darum geht Sie noch ein bisschen zu verstärken Diese Waffe werde ich Sobald ich mit Kristall fertig bin Damit auch ich Halkum verstärken Und so einen Unglaublich starken Kommi haben Das ist der andere Grund Warum ich hier hin wollte Ah Mann Macht mich das nostalgisch Und traurig irgendwie Kann ich mit dir nicht reden Doch Ja guck Er hat seinen Traum gehabt Er hat erpiges Das ist echt schön Naja wie gesagt Wenn ihr wollt Ihr könntet Gegner stärker machen Um die exakten Kills Besser hinzukriegen Ob man das machen will Weiß ich nicht Aber man kann's Man kann's Ich hab da tatsächlich Absolut keinen Bock drauf Mir reicht das Diese Sprite Night Monster rumlaufen Die mir weh tun Muss man ja auch mal Wirklich sagen Die tun auch schon weh Ähm Ja Was ich jetzt dann demnächst Noch machen muss Ist tatsächlich Äh Naja Mehr von den Dingen sammeln Die äh Die äh Zutaten Um mit den Zutaten Oder ist nochmal Was gelingt Zack Um Naja Die restlichen Rezepte zu Und ich weiß gar nicht Ich glaub Hoffentlich ne Liste Hab ich ne Liste hier Äh Nein Konsortium Ja gut Essen theoretisch Ich mein gut Das ist Das zählt wohl Als die Liste Da fehlen halt noch Ich glaube Jetzt muss ich mal zählen Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Zehn Elf Zwölf Dreize Vierzehn Sechs Rezepte fehlen zum Beispiel noch Und die wiederum krieg ich halt nur indem ich halt Wirklich alles abgeben kann Das ist halt wieder so ne Äh Hetzend Ah Okay Die Welt hat ein Ende Hatten sie keine Lust Einzuplanen Dass man die Welt einfach umfliegen kann Ist auch in Ordnung Ich mein Finde ich irgendwie tatsächlich ein bisschen blöde Aber Gut Man hat nicht Was ich vielleicht beim letzten Mal nicht gemacht habe Ich bin mir nicht sicher ob ich drauf geachtet habe Aber Es müsste Im Dorf selber müsste es auch noch zwei Zutaten geben Ich bin nicht sicher ob ich es eingesammelt habe Äh Nein mit dem wollte ich nicht nochmal reden Quick Jetzt ist die Frage ob ich sie finde Hallo Items Dann bei dem Real Mushroom Das müsste der vorletzte sein Zutatentechnisch Oder auch nicht Achso ne der gehört ja hierzu Vor allen Dingen Knife Island Ne Äh Ich weiß ja nicht Zehn Items Kann ich mir nicht vorstellen Kann ich mir nicht vorstellen Und das war zumindest ein anderes Ding noch Ja Äh Die Starberry Ich werde jetzt wohl tatsächlich gucken müssen Dass ich die anderen Sachen einsomme Das ist echt Ich höre da draußen wieder Leute die irgendwie Sehr komisch rumkrakeieren Manchmal machen mir die Leute da draußen Angst Das muss noch was Ist allerdings auch sehr gemein Ich bin das die Sachen Jetzt ist es auch doch Arctic Cowliflower Okay Sonst noch was hier Ich renne übrigens rum Und drücke X Ich glaube da oben rechts Wo mein Luftschiff ist auch noch was Doch nicht Das macht mich Das macht mich manchmal wirklich kirre Äh Mächtige Wind Da fehlen ja immer noch Fünf Items Oh mein Herr Das ist äh Das ist furchtbar Hm Ich bin mir nicht sicher Ob ich das schon kriegen kann Also es gibt hier zwei Rezepte Nur irgendwie Habe ich ja gerade kein Glück Die zu finden so gesehen Äh Äh Doch Natürlich Er zum Beispiel Müsste mir was geben Aber dafür fehlen mir halt Items Wohoo Einer in Knife Village Müsste mir was geben Aber dazu fehlen mir wahrscheinlich Wieder Items Jawohl Äh Das macht mich echt fertig Ich glaube er müsste mir das geben Tatsächlich Ja Er müsste mir das Die andere Zutat geben Aber man sieht ja Ich kriege nix Das ist halt Äh Ich bin mir nicht ganz sicher Äh Wo ich jetzt die ganzen restlichen Items Diese fünf Stück Daher kriegen soll Aber irgendwie Kriegen wir das schon Irgendwann mal hin Vielleicht Ich hoffe es mal Es ist halt Wahrscheinlich In den Wäldern Aber das werden auch nur zwei Vielleicht sogar noch oben An den Wiggerns Dem Monument Äh ne Eule Zack Tote Eule Ah komm schon Echt jetzt Echt jetzt Gut Gut ich hätte vielleicht Mit Momentum noch Angreifen Aber trotzdem Ja toll Zu spät Ja Jedenfalls Äh Das sind so Sachen Leuchtepunkte Farm Äh Ob ich euch das antun will Weiß ich nicht Weil das ist eigentlich Ziemlich langweilig Ich meine ich renne jetzt hier Eine Rumsuche Alle Gegenden ab In der Hoffnung Dann irgendwann mal Alle Items zu haben Um dann die Rezepte zu Und wo die Rezepte sind Ist wahrscheinlich interessanter Als das Rumsuche Von mir Nach Diesen ganzen Gegenden Ich hoffe mal Sie treffen Ja gut Das waren jetzt auch nochmal Zwei Items Die unter Umständen Zumindest dazugehören Äh Fehlen immer noch drei Und ich war jetzt Eigentlich überall Auf der Insel Das ist Äh Diese Insel Dieses Item sammeln Ja Jetzt fehlen noch zwei Guck an Na ist irgendwas da Und warum Geht sie da beten Ist ja nichts Als würde ihre Mutter da Verbuddet Nehme ich mal an Oder vielleicht doch Keine Ahnung Ich glaube nicht Aber ja irgendwas Habe ich dann wieder übersehen Glaube ich mal Ja Eine Sache fehlt noch Shining Spots Ja Magie Konsortium Füllt sich Notizen füllen sich Ich versuche halt Tatsächlich am Ende Das Spiel Da rechts So eine Krone Zu haben Aber ob das klappt Weiß ich nicht Anyway Ich hoffe in erster Linie Es hat euch gefallen Und wir sehen uns Beim nächsten Mal wieder Wenn ich hoffentlich Auch alle Rezepte holen kann Oder auch nicht Ansonsten werde ich Weiter trainieren Und meine Waffen Aufleveln Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Tikt Tschüss Tschüss Untertitelung des ZDF, 2020